sieht man Nostro Amico vor Kiana, dahinter Mariam und am Ende des Feldes galoppiert der Chimes of Light. So sind die Pferde Mitte gegenüber, Penny Fox hat minimale Führung, eine halbe Länge vor Nostro Amico, dahinter Itz Holly gemeinsam mit außen Don Orlando, der jetzt den dritten Platz übernimmt, vor Mariam mit Kiana außen und am Ende des Feldes Chimes of Light. So sind die Pferde fast schon Ende der Gegenseite, Penny Fox weiterhin in führender Position, zweiter dann Nostro Amico vor Don Orlando, Itz Holly, dahinter Kiana mit Mariam und am Ende weiterhin Chimes of Light. In dieser Formation geht es in den Schlussbogen hinein, zwei Längen Vorteile, inzwischen für Penny Fox vor Nostro Amico gemeinsam mit Don Orlando an der Außenseite, dann eine Dreiergruppe mit Kiana, Mariam und Itz Holly an der Innenseite, zwei Längen dahinter Chimes of Light. So geht es in den Einlauf hinein, auf die letzten 600 Meter, die Führung an der Innenseite unverändert bei Penny Fox. Nostro Amico und Don Orlando an der Außenseite greifen an, weiter innen kommt dann, oder außen Mariam, am Ende ist nun Kiana gemeinsam mit Chimes of Light. Die Führung weiterhin bei Penny Fox, ganz in der Innenseite kommt Itz Holly, mächtig auf Touren, Nostro Amico in der Bahnmitte, tut sich nicht gerade leicht aus, das ist Mariam zur Stelle, Mariam an der Außenseite, Mariam mit Nostro Amico, der kommt jetzt auf Touren, Nostro Amico, da hat Terry Hell ja lange gewartet, entscheidend gewartet und dann doch noch zugeschlagen vor Itz Holly, dritter Mariam und dahinter Penny Fox mit Don Orlando vor Chimes of Light und Kiana. Dritter Mariam